alola und moin liebe freunde der pokémon tcg world oder auch yugio denn ich weiß nicht was sie in diesem kauf haben es war es dass ein kauf vom lieben nils aus führt wo ich ich weiß was sie hier haben wo ich gespannt bin was sie hier pullen ich kann es fühlen denn der kauf ist noch sehr frisch da muss ich glaube ich gar nicht so viel raten ich hoffe ich habe jetzt keinen brief kaputt geschnitten denn das ist ein ganz besonderer kauf der meine sammlung in die in der vitrine um einiges erweitern wird denn wir haben erworben beim lieben nils richtig eine psa karte eine japanische psa karte und wir werden es dir in 3 2 1 habe ich erworben sehr günstig ein bibor aus dem jahre 2009 psa 9 aus hardgold aus der hardgold collection first edition haben wir hier ein wunderschönes bibor als reverse holo karte herzlich willkommen bibor in meinem team du wirst gleich zu den anderen psa karten in die vitrine wandern und dort ein hoffentlich wunderschönes leben im rammlicht führen zu können let's go leute ich hoffe euch hat es gefallen ihr seid gespannt auf morgen früh auf das daily boost opening mit dem sohnemann und vielleicht der mega gold kassi der pult seid gespannt schaut euch an und lasst einen daumen nach oben da let's go euer pokémonie come on